Hastinishadana ist eine Hatha-Yoga-Übung, die übersetzt werden kann als sitzender Elefant. Vom langen Sitz ausgehend beuge die Knie etwas und hebe die Knie leicht hoch. Halte die Füße auseinander und dann gib die Hände zwischen die Beine auf den Boden, die Hände am Boden und verharre so etwas. Hastinishadana ist die Ausgangsposition für die Schildkröte und bevor du zur Schildkröte kommst, kannst du erst Hastinishadana üben. Und wenn du die Flexibilität für die Schildkröte weiter üben willst, kannst du dann auch von hier die Hände weiter nach vorne geben und am Boden entlang gehen mit den Händen und schrittweise den Bauch nach vorne geben. Und so entwickelst du die Flexibilität für Kuremasana, die Schildkröte. Die Schildkröte Die Schildkröte